Willkommen. Um die neuesten Entwicklungen und exklusive Berichte über den von Israel geführten Krieg nicht zu verpassen, können Sie unseren Kanal abonnieren. Die Zusammenstöße zwischen der israelischen Armee und der Hamas-Terrorgruppe im Gazastreifen haben sich deutlich verschärft. Die jüngsten heftigen Zusammenstöße fanden in der Siedlung Beit Hanun statt, als sich die Bodenoffensive der israelischen Armee im nördlichen Gazastreifen auf das Zentrum des Streifens zubewegte. Hier zerstörten die IDF-Kräfte eines der Tunnelnetze der Hamas. Die Explosion des Tunnelnetzes, das durch Lufthangriffe zerstört wurde, wurde von einer Drohne aufgenommen. Anschließend starteten die IDF-Truppen eine Gegenoffensive in kritischen Siedlungen wie dem Al-Shati-Camp und dem Sabra-Viertel. Wie Sie sich vielleicht erinnern, haben die israelischen Streitkräfte das Hauptquartier der Hamas im Blue Beach Resort nördlich des Al-Shati-Camps eingenommen und terroristische Elemente aus dem Sabra-Viertel vertrieben. Nach der Eroberung dieser Siedlungen weiteten die israelischen Streitkräfte ihre Bodenoffensive aus. Die IDF-Truppen drangen bis zur Siedlung Rimal im Süden-War und heute erreichten sie Seitun. Spetter stellten sich die IDF. Der Terrorgruppe Hamas am Punkt Null in der Siedlung Seitun entgegen. Die IDF entsandten die Infanterie, Kampfpanzer und Kampfingenieur der 1636. Division, die Golani-Infanterie-Brigade, die 100-Arnds-Axis-Gepanzerte-Brigade und die Biesler-Mach-Brigade in die Siedlung Seitun. Das massive IDF-Militärkontingent geriet in heißen Kontakt mit der Terrorgruppe Hamas, um die Siedlung einzunehmen. Die Kämpfe in der Stadt dauerten insgesamt 96 Stunden. Die israelische Einheit, die die Kämpfe begann, waren Soldaten der 36. Division. Die 36. Division der IDF stellte sich in Seitun zunächst einer Hamas-Terrorgruppe von 5 bis 10 Soldaten entgegen. Nach heftigen Gefechten neutralisierten die IDF-Truppen dieser Division fast 100 Hamas-Terroristen. Berichten zufolge wurde bei diesem entscheidenden Kampf in der Stadt auch eine Tunnelanlage der Hamas gesprengt. Die Hamas hatte nicht mit diesen schweren Angriffen gerechnet, sodass die IDF-Truppen weiter nach Seitun vorrückten. Der Kommandeur der 36. Division, Brigadegeneral Daruba Khalifa, bestätigte, dass sie die Hamas-Terroristen, auf die sie in der Stadt gestoßen waren, ausgeschaltet hätten und dass ihr Vormarsch fortgesetzt werde. Im Anschluss an diese Erklärungen wurde berichtet, dass Einheiten der Hunene ohne Northese, gepanzerten IDF-Brigade an den Kämpfen in Seitun beteiligt waren um die Sexensreise. Soldaten dieser gepanzerten Brigade der israelischen Armee nahmen mehrere terroristische Stellungen in Seitun ein, darunter das Büro des Leiters der sogenannten Hamas-Brigade in Gazastadt, und neutralisierten eine große Zahl von Terroristen. Truppen der 188. gepanzerten Brigade durchsuchten ebenfalls das Gebiet, fanden eine große Anzahl von Waffen und zerstörten am Ende der Durchsuchung das Büro des Brigadekommandeurs. Die Hamas war nach diesem entscheidenden Kampf in den Städten fassungslos. Doch die IDF, die in der Enklave die Oberhand gewonnen hatte, setzte ihre Bodenoffensive ohne Unterbrechung fort. Die IDF schickte ständig zusätzliche Truppen nach Seitun, um die Operationen fortzusetzen. Truppen der 188. gepanzerten Brigade setzten die Operation fort, zu der auch Einheiten des Infanterie-Kors, Occupations und Squad-Commanders der IDF gehörten. Sobald die Soldaten der Bisslamach-Brigade in die Operation einbezogen wurden, zerstörten sie eine Terrorzelle in Seitun, die eine Reihe von schweren und Langstreckenraketen enthielt. Nach 96 Stunden kritischer urbaner Kämpfe war die israelische Einheit, die den kritischen urbanen Kämpfen den letzten Schliff gab. Die Infanterie der 36. Division der IDF, die die Operation einleitete und als erste in Seitun eindrang. Nach dem Rückzug ihrer Kameraden aus der heißen Kontaktlinie, führten die Soldaten dieser Division zahlreiche Luftangriffe gegen Hamas-Terrorelemente in der Siedlung durch und entdeckten außerdem ein Labor zur Raketenherstellung, Waffen, Sprengkörper, eine Drohne und einen Tunnel in der Nachbarschaft. Die entdeckten Hamas-Terrorziele wurden zerstört, wiederum von Soldaten der 36. Mit diesen überwältigenden Angriffen haben die IDF die größte Stadtschlacht seit Beginn des Krieges erzielt. Siegesschreie halten durch den Gazastreifen. Jetzt, nach diesen Angriffen, befürchtet die Hamas, dass die IDF-Einheiten, die den Häuserkampf durchgeführt haben, in den Gazastreifen eindringen werden. Die Entfernung zwischen Zeitun und Gazastadt beträgt etwa drei Kilometer entlang der Oma-al-Muchta-Straße. Gegenwärtig sind die IDF-Blockade-Operationen am Schifa-Krankenhaus nordwestlich von Zeitun im Gange. Daher planen die IDF möglicherweise, die 36. Division, die Golani-Infanterie-Brigade, die 180. gepanzerte Brigade und die Bislamach-Brigade, die in Zeitun Straßenkämpfe austragen, auf zwei verschiedene Gebiete aufzuteilen. In diesem Zusammenhang könnte die IDF einige dieser Truppen für Operationen am Schifa-Krankenhaus einsetzen und andere für Bemühungen in das Zentrum des Gazastreifens vorzustoßen. Wenn dies geschieht, könnte der Krieg für die Terrororganisation Hamas praktisch beendet sein. Diese israelischen Truppen sind gut ausgerüstet und können alle Arten von militärischer Ausrüstung, von Glasfaserkabeln bis hin zu Robotern mit künstlicher Intelligenz, geschickt einsetzen, um in die unterirdischen Tunnellinien in Gaza einzudringen. Wenn diese israelischen Truppen das Zentrum des Gazastreifens erreichen, hat die Hamas keine andere Wahl, als sich in den Tunnellinien zu verstecken. Aber wenn diese IDF-Einheiten in das Zentrum des Gazastreifens eindringen, werden sie wahrscheinlich zuerst die Bewohner evakuieren und die Luftangriffe einstellen. Der Grund dafür ist, dass der Gazastreifen 41 Kilometer lang ist und die Auswirkungen von Luftangriffen leicht überall hingelangen können. Daher werden die IDF möglicherweise die Luftangriffe aussetzen und Bodeneinheiten in das Herz von Gaza verlegen. Zuletzt wurde das Parlamentsgebäude der Stadt von IDF-Truppen eingenommen. Israel hat also viel Erfahrung mit der Terrororganisation in Gaza. Andererseits hat die IDF auch angekündigt, dass sie Bodenoffensiven im Süden des Gazastreifens durchführen wird. Dies ist auf die Bodenoffensiven der IDF im Norden und im Zentrum des Gazastreifens zurückzuführen. Denn während die IDF-Truppen den Norden und das Zentrum des Gazastreifens mit Bodenangriffseinheiten unter Druck setzen, plant die Terrorgruppe Hamas, ihre sogenannte Führung und Geiseln aus dem Norden und Zentrum des Gazastreifens in den Süden zu schmuggeln. Es wird sogar behauptet, dass einige der sogenannten Führer der Terrorgruppe bereits den südlichen Gazastreifen erreicht haben. Khan Yunis ist eines der südlichen Ziele, wohin die Hamas der Bodenoffensive der IDF entkommen will. Diese Siedlung liegt in der Nähe der Grenzlinie von Rafah und war bisher ein starker Aufmarschpunkt der Terrorgruppe. Seit Beginn des Krieges hat die IDF jedoch schwere Luftangriffe in diesem Gebiet durchgeführt, sodass Khan Yunis ein Ort ist, an dem die Hamas zusätzliche Waffen gelagert und geliefert hat. Die Terrorgruppe lieferte ihre Waffen durch Tunnel in dieser Siedlung, die bis nach Rafah reichten. Die IDF haben daher eine Bodenoffensive in Khan Yunis angekündigt, um das logistische Netzwerk der Hamas im Gazastreifen vollständig zu zerstören. Die bevorzugte Route der IDF, um diese Siedlung zu erreichen und Bodenoffensiven in diesem Gebiet durchzuführen, umfasst die Siedlungen Khirbad Ikhza'a, Abasan Al-Kabira und Bani Suheila. Dies scheint die wahrscheinlichste Route für die IDF zu sein, um Khan Yunis zu erreichen und Bodenoffensiv-Operationen in dieser Siedlung durchzuführen. Darüber hinaus ist die IDF auch im Süden des Streifens aktiv, um die humanitäre Hilfe zu kontrollieren, die über die Grenzlinie von Rafah in den Gazastreifen gelangt, wodurch die Hamas weiter unter Druck gerät. Mit anderen Worten, wenn die IDF eine Bodenoffensive vom Süden aus startet, wird die Terrororganisation Hamas gleichzeitig vom Norden, Süden und Osten her belagert. In einer solchen Situation hat die Hamas keine Chance. Doch während sich die IDF auf diese Eventualitäten vorbereiten, schmieden sie auch wichtige Pläne zur Befreiung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln. Angesichts dieses Drucks seitens der IDF könnte die Hamas den Geiseln wieder Vorrang einräumen und die verräterische Strategie anwenden, die sie seit Beginn des Krieges verfolgt hat. Daher müssen die IDF ihre Operationen mit großer Präzision und Vorsicht fortsetzen. Kurz gesagt, die israelische Armee muss daran denken, dass sie bei ihren Bodenoffensiven in alle Richtungen des Gazastreifens mit einer Organisation konfrontiert ist, die nicht zögert, alles für einen Terroranschlag zu nutzen. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Sie können unseren Kanal abonnieren, unsere Videos mögen und auf den Superdank-Button unten klicken, um die aktuellsten Videos nicht zu verpassen, die von unserem Team mit den neuesten Entwicklungen an der Front und exklusiven Berichten über den von Israel geführten Krieg und alle Konflikte im Nahen Osten vorbereitet werden.